Mit Witz und Humor spielte sich Komikerin Maddie Anholt in die Herzen des Publikums. Nun ist der britische TV-Star im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Wie der Guardian berichtete, litt die beliebte Autorin und Schauspielerin an einem seltenen Hirntumor. Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Maddie Anholt bekannt, unserer geliebten Tochter, Schwester, Zwillingsschwester, Freundin, Ehefrau und Mutter, die am Mittwoch im Alter von 35 Jahren von dieser Welt gegangen ist, heißt es in einer Erklärung der Familie. Erst vor einem Jahr hatte die TV-Moderatorin ihre Tochter Opal zur Welt gebracht. Kurz darauf wurde bei ihr der Tumor diagnostiziert. Eine Operation sollte das Leben der Engländerin retten, doch die Krankheit entpuppte sich als unheilbar. Ihre letzten Wochen verbrachte sie im Haus ihrer Eltern, umgeben von Liebe und Ruhe und den Klängen der Natur, teilte die Familie mit. Anholt spielte unter anderem in den britischen TV-Komödien Sunny D., Jerk und der Emily A. Tick Show mit. Ihre Comedy-Serie No Smokey, die regelmäßig auf BBC Radio 4 gesendet wurde, avassierte rasch zum Publikumsmagneten. Neben ihrer TV- und Radiokarriere setzte sich Anholt leidenschaftlich für den Kampf gegen häusliche Gewalt ein.